Vielen Dank. Also, wenn ich das jetzt auch nicht verabschiede, dann kann ich gerne zum Beispiel, das finde ich auch. Ich würde, das würde ich auch gerne. Ich würde, das würde ich gerne. Ich würde, das würde ich gerne sagen. Ich würde, das ist ja nicht einfach. Ich habe wirklich einfach Zeit genommen, die ich habe, eine Prozession und Friedlichkeit. Ich würde, das ist sehr lang, ich würde sagen, die eigentliche sind. Und ja, auch vor allem. Ja, aber die Flasche mag er nicht ganz so. Ja, wahrscheinlich, weil sie so ein bisschen transparent ist. Nice, nice, nice.